Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crash Bandicoot 1 ja, wir hopfen auch schon gleich ins nächste Level, heißt Toxic Waste und lasst uns mal schauen oh ja, das Begidische Super, ich hab echt lange nicht mehr gespielt, ich mein das wird die meisten von euch nicht wundern ich mein, ich muss dazu sagen, ach, egal ich hab einfach längere Zeit jetzt nicht mehr gespielt ähm, also nicht nur Crash, sondern generell nicht, aber ich hoffe und denke, es wird gespielt werden gut so, auch, ja, aber egal Jack Band erreicht ich fühle mich ein bisschen langsamer und vorsichtiger, als wenn irgendwas überschwürzt und ich finde ja langsam, aber sicher könnten wir Crash auch mal auch mal fertig haben ist doch jetzt auch schon eine Zeit lang bei mir zu sehen also, zu sehen eigentlich nicht äh 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 Ah, aber... Das ist jetzt nicht gesehen, was ist das gar nicht so toll, ey. Das ist jetzt 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 nicht so toll, ey. Da kommen wir ja auch gleich die Maske. Aber eigentlich mag ich jetzt langsam Crash 1 einfach auch nochmal hochhaben. Dann habe ich es mir nicht vorbereitet. Das heißt, wenn ihr das hier seht, wird es vermutlich eh schon längere Zeit fertig sein. Ich fixe es auf alle Fälle, dass ich jetzt doch schon eine Zeit lang damit herum tue. Oh Gott, das gibt mir doch keine Fälle. Sehr gut. Das werde ich nämlich jetzt brauchen beim springenden Fass. Zumindest hoffe ich, dass ich es erst dort brauche und nicht schon vorher irgendwo verkack. Ah, doch tue ich es. Ich glaube, dass ich mir immer dachte, dieses Brückenlevel ist das Fickkackteste. Ich stelle mich da jetzt eh auch schon an. Sehr gut. Checkpoint erreicht ist immer gut. Okay. Thanks. Ausmerz uns, was wir alles gut gemacht haben. Abs okay. Das war's für heute. Das waren doch viele, aber egal, wir haben das Level geschafft. Dann auf zum nächsten Mal, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, Servus und Baba.